. Ja, besetzen nicht so schlecht. Wir hatten zwar zwei Niederlagen, aber im grossen und ganzen bin ich zufrieden. Wir hatten sehr viele Spiele, schein viel aufgetaucht und noch gespielt. Wir hatten einen fairen Blick und haben alles geheim. Das wäre ein Glück. Die Fee ist immer gesund. Der Durren-Hohresuchte. Nein. Die Eltern lassen keinen anderen. Ich auch nicht. Ja, weil wir den meisten Willen haben und den besten Team zusammenhalten. Ja, und sonst auch. Ja. Ich kann ja auch nicht. Wenn ich noch nicht mehr treffe, treffe ich etwas besser. Ja, ich denke, das ist unser Trainer, Felix Kampf, der kann überschlingen. Ja. 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 Ja.